Let's go! Hallo meine Freunde! Und das ist das 50 Abonnenten-Fail? 50 Abonnenten-Fail? Oh yeah! Das ist das 55 Abonnenten-Special! Wir sind wieder Christian und Felix und werden ein kleines Letzi-Play machen! Wir fangen an mit Band 4 3, wir zocken das an die lustigen Stellen, wenn wir einfach mal raussuchen und zusammenschneiden. Was wollen wir nehmen? Wir wollen einfach mal einfach, weil wir Loops sind. Jupp, ich hab die Kampagne schon dreimal auf schwer durchgespielt, also sag mal nicht, nein, einfach mal. Drei Mal auf einfach. Okay Leute, ich bin mal komm doch mit. Er nimmt den Controller mit, sehr schlau, damit ich nicht zockele. Ja, es lädt und wir haben hier eine Ladeschläge. Und die Grafik fällt, gerade umwünscht. Dann sehen wir ja eine Stadt mit dem R und allem. Und also Leute, ich wollte mal sagen, Felix ist hauptsächlich für Videoschneiden und, naja, das werde ich auch bald machen, das Videoschneiden. Und ich bin hauptsächlich für Loops, zuständig. Und ich bin hauptsächlich der Let's Player. Außer bei GTA V, da zocke ich mich. Ja, GTA V, da zocke ich mich. Ja, GTA V, da zocke ich mich. Um zu sehen, ob ich es mal schaffe, irgendwie, ohne einmal zu sterben, die erste Mission. So ist der tot, oder? Bitte? Ne, der tot. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, ich süme mal. Du sümst mal. Stopp, du hast es gesehen. Perfektes Bild, Alter. Guck mal, guck mal rauf kurz. Au, 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 au. Guck mal Pause und guck drauf. Cool. Perfekt. Ja, ähm, und ich werde mal einen Kommentar beantworten vom GTA V Video. Da hat einer tatsächlich geschrieben, ein Herz-GTA V. Ja. Wir Herzen GTA V auch, sonst würden wir es nicht spielen. Wie heißt der Typ? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er geschrieben, ein Herz-GTA V. 3,8. Okay, und was hat er geschrieben? Ja, ein Herz-GTA V. Okay. War sehr geil. Ja, wie ist auch nicht. Oh, du Arsch. Deine Mutter hat ein Fisch-Gesicht. Gräten-Gesicht für mich. Oh, man, jetzt musst du ein neues Fenster kaufen. Was ist das für ein Momo? Was ist das für ein Momo? Was ist das für ein Momo? Geil Grafik. I believe I can fly. I believe I can touch the ski. Guck mal, da ist keine Silvester-Rakete explodiert. Ach so. Und sie hat eine Spielzeugpistole. Wie cool. Gleich kommen wir auch mit unseren Wasserpistolen. Ey, die mit ihren billigen Pistolen vom Kick, ey. Die Dreck-Chinesen mit ihrem billigen Blunder. Ich sag nur... Ah, Feinde! Feinde! Also diesen Witz mit diesen Dreck-Chinesen und ihrem billigen Blunder habe ich auf seinem Film, morgen ihr Luschen. Ich werd ihn euch mal verlinken in der Infobox. In der Infobox. Guckt ihn euch mal an. Wow, das benutze ich drüber auch in die Köpfe. Guckt ihn euch mal an und sagt uns, ob es auch für euch der wittigste Film aller Zeiten ist. Es gab zwar witzigere, aber es war schon ein lustiger Film. Ja, schreibt uns mal die Unterhosen und ja. Die Unterhosen? Ja. Oh yeah. Ich schickere uns meine Unterhose per Mail. Genau, wir verlosen sie. Genauso verlosen sie eine Xbox One, eine PS4. Jungen, lügt mal nicht. Lügt mal nicht. Lügt mal nicht. Man kann sich entscheiden zwischen Chris selbst Unterhose und den Konsolen. Ja, ich sag, ich bin bester Mover ever. Ich sag, halt deine Mutter! Hau! Hardcore! Ist der Tod? Ja. Hör, stopp! Hardcore hier. Hau! Hardcore hier. Hau! 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 wie arbeit naja ich glaube ich habe das spiel schon einmal auf es können ja auch einfach für ich glaube ein netzwerk der drei oder einen geländigen also das ist jetzt 20 50 abonniert welcher bei m schneiden nicht raus okay und leute ab Prozent weihnachten kommt auch noch Prozent wenn die vier drei Multiplayer raus vielleicht soweit die Boxen Leibhafen oder eine PS4 das kann natürlich auch gut sein das sind der Wettbewerb 4 auskommt dann okay leute und wenn ihr mich besiegen wollt auch bitte wird drei für ein Computer da müsst ihr nach ihr nachzudenken die ehren hat die einsteigen er war es steht hier dann noch mal aber Ende der Rundgang Smart Mien was gibt dann war es nicht wahr dass wir uns kühlen brauchen können werden ein neuer Verhältnissen da muss ich auch die Kanäle das Video kann weiter es geht weiter und ist jetzt die erste folge die jetzt ungefähr nach drei minuten dauern wird weil wir da 15 minuten haben und dann sehen wir natürlich dann irgendwann in der zweiten folge wieder so leute das hier ist das 50 abos bestell so danke an die ganzen verrückten die unsere videos mögen uns abonniert haben also wer würde uns jetzt nackt vor der kamera ausziehen deine mutter würde sich nackt vor der kamera ausziehen genau nein auf jeden Fall danke es wäre kein schöner abendlich oh wie seid es auf jeden Fall danke wir lieben euch dafür weil es einfach nur ein geniales 50 Abonnenten und das ist ja nicht und es ist zuletzt eine halbe hundert und ich denke euch dafür und was eine halbe hundert ja eine halbe hundert oh mein Gott und also wir werden natürlich auch am Silvester Weihnachten sind ja Christian werden wir wir nehmen Silvester weiß ich nicht Weihnachten weiß ich auch nicht auf jeden Fall die anderen Tage und Leute ich erkläre euch unseren Plan mal also Montag müsst ihr einschalten da kommt Felix ein Video raus Freitags versuchen wir zu zweit zu machen das ist ja nur ein Video rauskommt wenn wir hier haben noch etwas sehr gerne machen wir jetzt das mal was ja auch schon mal gemacht auch noch mal nee es wird ja nie univergelt und wenn es dann gleich noch nicht um die nächste cooles wenn es dann ein bisschen mehr rauskommt aber ja ja und wenn es das einfache ihr da ist ja mal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach hoch oder abonniert uns jetzt hier auf unserem Kanal, wo einfach draufklicken. Oder ihr guckt euch das Tutorial von BlogTV an und wie ich meinen Kanal so vorerstelle. Das war, glaube ich, das war, glaube ich, außerdem, wollte ich euch sagen, dass ich am Samstag natürlich meistens dabei sein werde und mitkommentieren werde, aber das auch eher, aber was heißt meistens, manchmal werde ich dabei sein, also alle zwei, drei Wochen werde ich auch mal am Samstag zu sehen. Das war's. Das war's. Das war's. Ach so, na, na, na. Da oder da jetzt, seht ihr, äh, den, den, den Betty 4 3 Computer Multiplayer, der Name von Christian, damit ihr gegen Instagram könnt. Das war's. Tschau. Ciao!